Ich habe einen unglaublichen Drang aufzubrechen. Bei diesen Expeditionen, da geht es im Endeffekt darum, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Dieser Augenblick, wo man sich kurz anschaut und so eine Verbindung dann spürt. Talent alleine reicht nicht aus. Du musst immer mehr machen als die anderen, die auch talentiert sind. Wenn sich einer hier verletzt, dann haben wir ein großes Problem. Man weiß halt ganz genau, dass jetzt der Zeitpunkt kommt, wo eigentlich ein Scheitern im Bereich des Möglichen liegt. Man wirft die Flinte da nicht so leicht ins Korn. Du brauchst irgendwie immer eine Aufgabe, die dich auch herausfordert, die dein Leben auch in gewisser Weise ausfüllt. Du wolltest das schwer haben, jetzt hast du es schwer. Kannst du mir weg, wenn ich die Flinte aufариhe? Aber kommuniziere, die sich öblich. Du害fst dich jetzt wahrscheinlich jemanden, bitte sagen können. Oder aus der Welt. So, kommst du mich. Isso würde mich daherúden. Vielen Dank.